Und jetzt hier nochmal ein Eindruck, also einer von vielen. Und das ist wirklich toll, ja. Ein schöner gelber, was ist das für ein Fisch? Steht das dran? Schatz, hörst du die Musik? Das ist der gleiche Komponist wie... Weißt du diese Musik? Das ist der gleiche Komponist. Ja, Lemon, Limonfisch. Wollte ich dir nur gesagt haben, mit der Musik, das ist der Komponist, Klein Menzel. Na Marcel, Gruß an dich, Klein Menzel, kennst du bestimmt. Ich glaube, das ist ein Französischer Pianist, ich weiß es nicht. Sieht das da oben, ja, kleiner Roche. Großer Fisch hier, der rast hier richtig rum. Man sieht das hier, Schatz, ich spiel mit dem Großen hier. Oh, man sieht das, er spielt mit dem Finger. Da kommt der Limonfisch. Oh, sehr geil. Man sieht hier, der gräbt, der sieht so geil aus. Der ist so chiller, da, ein anderer verscheucht ihn. Die kloppen sich hier jeden Tag. Oh, das ist ein Gurami. Gurami, man sieht das, oh, Netz-Gurami. Die weiß ich vom Namen. Der aussieht wie ein Netz unten. Also zumindest die Süßwasserfische hießen, die so ähnlich aussehen. Denk mal, Gurami heißt der, aber halt anders ein bisschen. Oh, guck mal. Das ist ein Schwanz, oder was, der schwimmen kann. Und das ist ein Rochen unter Wasser. Man sieht die Augen oben raus, gucken. Glüps, 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 glüps. Richtig cool. Wann das auch Rochen? Ja, ja, richtig cool. Ja, Samtrochen. Samtrochen, glaube ich, heißt nie. Petit, petit, petit. Ja, wir melden uns gleich weiter nochmal mit fetten Eindrücken.